In diesem Video geht es um Hamburg. Ich erkläre dir die wichtigsten Fakten über dieses Bundesland und stelle dir die Besonderheiten vor. Hamburg ist ein Bundesland im Norden Deutschlands. Der Stadtstaat hat eine Landesfläche von 755 Quadratkilometern und rund 1,8 Millionen Einwohner. Hamburg ist die zweitgrößte Stadt in Deutschland. Im Norden grenzt Hamburg an die Nordsee. Außerdem grenzt Hamburg im Norden an das Bundesland Schleswig-Holstein und im Süden an Niedersachsen. In Hamburg ist die Landschaft flach. Es gibt viele Wasser- und Grünflächen. Obwohl Hamburg eine Großstadt ist, ist es relativ dünn besiedelt. Ein großer Teil der Stadtfläche sind Industrie- und Hafenfläche. Im Südosten Hamburgs befinden sich die Vier- und Marschlande. Dort sind eher dörfliche, landwirtschaftlich genutzte Regionen. Durch Hamburg fließen die Elbe, die Alster, die Bille und die Äste. Die Alster wird in der Stadtmitte zu einem See aufgestaut. In Hamburg gibt es etwa 2500 Brücken. Hamburg hat viele Grün- und Erholungsflächen. Die bekanntesten Parkanlagen sind der Stadtpark sowie die Wallanlagen, Planten und Blomen. Der Friedhof Ohlsdorf ist der weltweit größte Parkfriedhof. Zu den berühmtesten Sehenswürdigkeiten in Hamburg gehört die 2017 eröffnete Elbphilharmonie, ein Konzerthaus im modernen Stadtteil HafenCity. Der Hamburger Hafen ist der größte Hafen Deutschlands. Hier gibt es unterschiedlichste Schiffe aus aller Welt zu bestaunen. Das Hamburger Rathaus ist ein prachtvolles Gebäude mit einem 112 Meter hohen Turm. Hamburg ist einer der wichtigsten Industriestandorte Deutschlands. Die Stadt ist ein Handels-, Verkehrs- und Dienstleistungszentrum. In Hamburg gibt es viele Fabriken und Werften, in denen unter anderem Schiffe und Flugzeuge gebaut werden. Die St. Michaelis-Kirche in der Hamburger Innenstadt stammt aus dem Jahr 1648 und gilt als Wahrzeichen der Stadt. Das Wasserschloss ist ein altes Gebäude in der Speicherstadt, einem historischen Lagerhauskomplex mitten im Hamburger Hafen. Die Turmruine von St. Nikolai dient als Mahnmal und soll an die Opfer des Zweiten Weltkriegs erinnern. Zu Hamburg gehören drei Inseln, die im Wattenmeer liegen. Nur die Insel Neuwerk ist bewohnt. Der Leuchtturm auf Neuwerk stammt aus dem 14. Jahrhundert und ist somit Hamburgs ältestes Gebäude. Untertitelung des ZDF für funk, 2017